ARD Text im Auftrag von Funk Ein Applaus für Tim Park und seine Crew. Tim, steht euch ein, zwei Fragen. Glückliche Gesichter. Wie fühlt ihr euch? Ja, gut. Es ist wirklich eine gute Sache, wenn wir etwas hier zusammen gemacht. Und jetzt haben wir die Folge. Das ist ein gutes Gefühl. Kennt ihr euch an? Habt ihr euch zusammengearbeitet für dieses Projekt? Wir kennen uns schon von vorher. Mit einigen haben wir ein Video zusammengearbeitet. Und andere sind gut zu machen. Es gibt ja ganz viele junge Firmemacher hier im Saal, was mich wundern. Viele haben gewusst, dass das kommt. Sie konnten etwas vorausplanen. Aber am Schluss kam das Thema ja erst Anfang September. Es gab 62 Stunden Zeit. Aber was konnten wir vorausplanen, bevor wir das Thema kamen? Ja, sicher so eine Verteilung. Wer was macht, wer sich um was kümmert. Die Sachen, um dann ja ... Und wie kam die Inspiration für diese Idee? Ist die Nummer von dir voll? Oder war das Team-Effort? Nein, das war wirklich ein Team-Effort. Die Idee, wie wir sie hier gesehen haben, ist eigentlich beim Elke draussen. Also nicht, wo wir zusammen gesessen sind, sondern wo wir zusammen sind. Oder Elke. Schöne Schlussruhe! Viewers Award 2016 für eine Team-Effort von Google! Applaus So, jetzt wird es spannend. Es nimmt uns natürlich Wunder, Es gibt uns natürlich Wunder, wie ich schon vorher erzählt habe, wir liegen jetzt anders hinbezogen.